Chris Kraus, Scherbentanz Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von Florenz Schmidt Wenn du am Boden bist, bist du auf dem Weg nach oben. William S. Burroughs Eins Sie hatten mich angerufen. Und wie? Fünf Stunden später kam ich in Mannheim an, mitten in der Nacht. Ansgar holte mich am Bahnhof ab. Wer ihn nicht kennt, hätte ihn kaum für nervös gehalten. Wir begrüßten uns, ohne viel zu reden. Ich hatte nur den Aluminiumkoffer dabei. Medikamente, Spritzen, Nadelsets, alles drin. Ansgar trug ihn für mich hinüber zum Jaguar, den der Chauffeur, ein kleiner, schweißnasser Kerl, Tür für Tür öffnete. Er starrte mich an, als hätte er noch nie einen Mann im Rock gesehen. Innen war es zu kühl für mich. Wir schalteten die Klimaanlage aus, nahmen die Hitze der Nacht mit auf die Rückbank und saßen warm und weich wie auf Eingeweiden. Die Lichter der Stadt huschten an den getönten Scheiben vorbei. Ansgar rutschte in seiner Ecke herum und marterte Erdnüsse. Ich hatte mir die Leseleuchte angeknipst und hing über dem blauen Buch von Seneca, das ich immer bei mir trage. Ich war gerade in dem Kapitel über die Gemütsruhe und dachte über die Stelle nach, die den Ursachen der Traurigkeit auf den Grund geht. Wie lange haben wir Mama nicht gesehen? fragte Ansgar. Was? sagte ich. Zwanzig Jahre, fuhr er fort, und erst dann warf er mir ein Blick zu. Ziemlich, nickte ich. Irgendwann musste das ja passieren. Eine Erdnuss zersplitterte zwischen seinen Hundekiefern. Wenn du… fing er an, aber dann sagte er eine Weile nichts mehr, sondern konzentrierte sich aufs Kauen. Was? wollte ich wissen. Naja, ich bin froh, dass du da bist. Er bot mir sein Erdnusstütchen an, aber ich hatte keinen Appetit. Seneca behauptet, die Ursachen der Traurigkeit lägen in uns selber. Wir bogen Richtung Ludwigshafen ab und rollten über den Rhein, in dem sich die Sterne kreuselten, denen wir so unausdenkbar gleichgültig sind und deren listiges Kräuseln mit uns nichts zu tun hat. Ein paar schaukende Schiffsbojen schnitten sich ins Bild und mir fiel ein, dass ich früher mal Pirat werden wollte. Hör mal, Jesko, sagte Ansgar. Papa ist ziemlich durch den Wind. Wenn er mit dir spricht, versuch nett zu sein. Sag nichts, was ihn irgendwie ärgern könnte. Leg dich mit niemand an. Tu es mir zuliebe. Ich war einverstanden. Und komm nicht wieder mit irgendeinem abstrusen Scheißthema, das allen den Nerv raubt. Was war das neulich? Die arktischen Eisschälfe? Genau, auf keinen Fall arktische Eisschälfe erwähnen. Ich versuch drumrum zu reden. Ich kurbelte das Fenster herunter, um dem Rhein den Bronzeton zu nehmen. Gleich wurde er silbern und hart, und ich kniff die Augen zusammen wegen des Fahrtwindes. Ein Containerschiff glitt unter dem Mond durch. Als wir auf gleicher Höhe waren, erkannte ich am Heck die Silhouette einer dicken Frau, die ihr Baby am Oberdeck entlang balancierte, indem sie sich mit der freien Hand an eine Art Laufleine voranhangelte. Sie blieb plötzlich stehen, zwei Meter über der Gischt, hob den Kopf und lächelte der Limousine zu, aus der ich herausschaute. Die dicke Frau ließ die Laufleine los und deutete auf den Jaguar und an ihrem wie ein Sekundenzeiger vorrückenden, ausgestreckten Arm konnten sowohl ich als auch das Baby erkennen, mit welcher Geschwindigkeit wir uns voneinander entfernten. Dann erst sah ich, dass Mutter und Kind an einem Container lehnten, auf dem der Name meiner Familie stand. Säumziment AG stand da, in weißen Druckbuchstaben. Ich konnte es gerade noch entziffern. Die Nacht war hell, aber so hell auch wieder nicht, und schon knickte die Straße weg, und die Frau und der Säugling und das Schiff und der Fluss waren verschwunden. Für einen Herzschlag oder zwei dröhnte die Säumziment AG durch die vergangenen 33 Jahre meines Lebens, die weder mit Säum noch mit Zement allzu viel zu tun hatten. Ich scheiterte die Leseleuchte aus, schloss das Fenster, leckte den Wind aus meinem Zahnfleisch, das so spät am Abend nicht mehr nach Blut schmeckte. Tod ist nicht sein. Was damit gemeint ist, weiß ich schon lange. Nach mir wird es ganz genauso sein, wie es vor mir war. Ich frage dich, Lucilius, würdest du den nicht für total bekloppt halten, der glauben wollte, es gehe der Lampe schlechter, wenn sie ausgelöscht ist, als bevor sie angezündet wurde? Auch wir werden angezündet und ausgelöscht. Dazwischen verspüren wir was. Davor und danach aber herrscht tiefe, sorglose Ruhe. Zwei Wir hielten. Der Chauffeur wetzte los, um Ansgar die Tür aufzureißen. Ich kam ganz von alleine raus, ohne mir die Knochen zu brechen. Ich nahm meinen Koffer und blickte mich um. Ich glaube, Heimat kann eine ziemlich endlose Fläche sein, eine bösartige Wüste, durch die du stapfst, ohne jemals anzukommen. Heimat kann überall aufplatzen, egal wo du dich aufhältst. An den Schmerzen erkennst du, ob du zu Hause bist, nicht am Türschild. Wir standen vor der Festung, die sich zum Ufer des Kolgensees hinunterneigt. Der See dampfte noch von der Hitze des Tages. Lichterketten zeichneten den benachbarten Badesteg ab und ganz hinten brannten Grillfeuer kleine, flackernde Löcher in den Horizont. Die Festung scheint Ähnlichkeit mit einer protzigen Walmdachvilla aus den 70ern zu haben. Ich will das gar nicht bestreiten. Dennoch haben 1000 Kubikmeter Stahlbeton, eine Alarmanlage, schusssicheres Fensterglas und gusseiserne Gitter im Erdgeschoss samt eingeschmiedeten metallischen Eichhörnchen, dem internationalen Symbol für Wachsamkeit, gründliche Maßstäbe gesetzt. Ich sah, dass neuerdings eine chinesische Holztür dem Eingangsbereich die Stränge nehmen sollte. Sie war gelb angestrahlt und stand sperrangelweit offen. Gäste quollen in unseren Garten auf ein erstklassiges Streichquartett zu. Es waren die typischen Gäste meines Vaters, Geschäftsleute, Poser und Fops. Die Frauen trugen Jisander-Scheiße und die Männer Maßanzüge, Mailänder Glenchecks oder Dreck aus dieser schwäbischen ehemaligen SS-Uniformfabrik, den man in diesen Kreisen für elegant hält. Auch hier starrten alle meinen Rock an. Ich bewunderte die Mücken, die ganz gelassen blieben und das viele Manager-Blut verputzten, als wären es ganz normale Wirztiere, die sie aussaugten. Dabei war hier keiner ohne Mercedes gekommen. Bevor ich ein falsches Gesicht machen konnte, wurden wir zum Seiteneingang geführt und dann ging es eine Weile durch unsere Flure und schummrigen Gänge. An den Wänden hingen die Fotos meiner baltischen Vorfahren. Daneben alte Stiche von Riga, Kurland, Mietau. Zwischendrin eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der stand MG-Kompanie des Balten-Regiments vor der Schlossruine von Wesenberg. Hier sah man keine Gäste mehr, nur Polizisten, die versuchten, wie Gäste auszusehen. Ein Kriminalbeamter in C&A-Hose und mit einem Muttermal am Kinn filzte mich unauffällig, aber gewissenhaft. Er wollte wissen, wer Seneca ist. Ich sagte, dass er Finanzbeamter gewesen war und Rechtsanwalt und leicht kränkelte. Der Typ gab mir das blaue Buch zurück und zuckte mit den Ohren. Das sah toll aus. Ich wollte ihn fragen, wie er das machte. Aber dann fragte ich ihn doch nicht. Ich steckte mir Seneca wieder in den Rock, hinten in die Gesäßtasche zu den anderen Schmerzmitteln. Wir betraten die Garage. Eine in die Festung integrierte Garage, der Fuhrpark direkt mit den Gemächern verbunden. Atlantikbunker, deutsche U-Boot-Flotte, Säum-Zement-AG vom Feinsten. Das etwa geht einem durch den Kopf. Die Garagendecke hält einem Explosionsdruck von 8000 Tonnen Trinitrotoluol stand. Das ist eine halbe Hiroshima-Bombe. Das Garagentor sieben Meter breit und aus Stahl, denkt man. Vor mir glänzte ein dunkler Geländewagen. Der Rest der Flotte, die Limousine und noch was Kleines war weg. Ein paar Security-Leute drehten sich uns zu. Sie bildeten den maskulinen Hintergrund der Szenerie, wippten mit ihren Schuhspitzen auf dem Estrich und ein feister Blonder schlug Fliegentod. Die Hitze drang nicht durch den Beton. Mit sehr viel Fantasie hörte man von draußen ein paar Takte Mozart und Partygesäusel. In einer Ecke, der sogenannten Hobby-Ecke, schwach beleuchtet von zwei Neonröhren, stand eine Tischtennisplatte. Auf der Platte lag meine Mutter. Ich erkannte sie sofort, obwohl sie an den Händen gefesselt war. Aus ihrer Nase floss Blut auf die Seitenlinie. Ich konnte nicht sehen, ob ihre Augen geschlossen waren. Zu viele Schatten, unter anderem von einem Sanitäter, der ihr behutsam den Rücken tätschelte. Mein Vater saß auf dem Bänkchen neben der Platte. Ohne seinen 1000-Euro-Sakko sah er wie gehäutet aus. Leise sprach er mit einem Politiker, den ich schon mal im Fernsehen gesehen hatte. Als er uns sah, erhob er sich. Aber er erhob sich nicht anders als sonst im Büro, wenn er noch in irgendwelchen Papieren kramte, nachdem man eingetreten war. Er umarmte mich mit einem Arm.